Hallo, ich bin Melitta Finke und das ist mein Oskar. Seit fast 30 Jahren in meiner Küche. Früher gab es in den Weiß, mittlerweile, wie Sie sehen, das aktuelle Modell auch in Farbe. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, was ihr alles macht. Diesmal aus meiner Küche und nicht von der Messe.